Wichtig ist Wertschätzung bei euch im Verein eigentlich wirklich. Lebt ihr sie? Vernachlässigt ihr sie? Braucht ihr Wertschätzung? Kommt zu unserer Diskussionsrunde am 19.06. um 19 Uhr beim DTTA-Kongress und interagiert mit uns. Wir haben spannende Blickwinkel und Meinungen von einer Vereinsvertreterin, einer Jungengagierten und einer Verbandsvertreterin und wollen sie mit euch teilen. Gerne könnt ihr schon Kommentare, Meinungen, Fragen oder Likes auf dem Link unter dem Video auf dem Padlet hinterlassen. Wir freuen uns auf euch. Macht euch mal Gedanken. Wann habt ihr das letzte Mal jemanden ganz bewusst Wert geschätzt? Wann habt ihr das letzte Mal jemanden ganz bewusst? Wann habt ihr das letzte Mal jemanden ganz bewusst? Wann habt ihr das letzte Mal jemanden ganz bewusst? Wann habt ihr das letzte Mal jemanden ganz bewusst? Wann habt ihr das letzte Mal jemanden ganz bewusst? Bis zum nächsten Mal.